So, hier alte Packet Cracker von Comet, mit dem paar Godel-Label, habe ich mal so eine kleine Matte auseinandergefriemelt, die ballere ich jetzt weg. Und im Vergleich dazu mal einen Nicopyro Cracker, mal gucken, wie viel die sich tun vom Knall her, von der Lautstärke her. Ja, und das seht ihr jetzt im Video. Comet Packet Cracker. Alter, gut laut, ey. Alter Schwede. Die sind geil. Hier mal einen Sand. Und jetzt der aktuelle Nicopyro Cracker. Ja, okay, da kann man sagen, was man will, die sind doch noch lauter. Aber die Packet Cracker trotzdem mit einem relativ hohen Fun-Faktor. Und den letzten. ... ... ... ... Vielen Dank.